Warte, warte, ich hab so einen anderen gemacht, nicht das Nidro-Hemmy. Oh, noch aufmachen? Hier, hier, mach direkt hier zu. Es bleiben 10 Sekunden. Okay, da ist eine. Oh, hier die Wände, Alter. 5 Sekunden. Was? Die Wände sind noch offen. Oh, ich seh nix. Wir unten. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert, macht euch Angst. Was ist los? Und? Was verstärkt? Ach so, scheiße. Ja gut, Tico hat zugemacht. Da brauchen wir auch ein Mute, hast du noch ein Mute bekommen? Ja. Hau denn hier. Für ist sicher! Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann haben wir... Wo? Da, vorne. Das heißt, oben und unten ist eine Bombe, oder was? Ja, aber oben kommt keiner mehr rein. Doch. Die Stöten sind aber rein. Oder wir reißen, die da rein sind. Pletsch kann da halt rein. Ich geh noch hoch zu Nico. Komm, jetzt runter, Tico. Schieß schon. Drei Leute, geh wieder runter in Deckung. Drei Leute. Ich hab' den mir ins Gesicht geschossen. Entschuld. Komm, jetzt die Treppen runter, Simmons. Gehen wir... Ne, ist jetzt unten auf deine Etage. Ich sehe nichts mehr. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleiben. Also alleine, gegen zwei. Der ist fast down, der IQ ist fast down. Du musst halt aufpassen, da unten kann ja auch einer kommen. Ich weiß, unten sind die. IQ ist noch auf der Treppe, der ist auch fast down. Hörscher, wenn sie platzieren wollen. Okay, die wollen da unten rein. Nur noch 15 Sekunden. Nur mal abgewirrt. Ne, ne. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. 5 Sekunden noch. Okay, haben wir schon runter, der hat gelegt. Oder? Ne, der hat nicht gelegt. Ich jetzt... Das ist fach. Ne, der hat nicht gelegt. Der hat nicht gelegt. T sleehakt. Verdammt. Ist in der Unteréle? Ja, ja. Das ist kein Korn. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hüo. ... ... ... ... Ich bin jetzt. Boom.